Wunderschönen Montagmorgen wünschen wir euch. Guten Morgen. Und ja, wir geben es gerne zu. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Vor uns liegt eine ganz besondere, eine wichtige, eine außergewöhnliche Woche. Das Antenne Bayern. Weihnachtswunder. 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 Unser Spendenstand liegt aktuell bei unfassbaren 3.029.884 Euro. Ihr habt diese Woche wirklich zu einem Weihnachtswunder gemacht. Und dafür sind jetzt das gesamte Team für euch, für Bayern. Oh, du Fröhliche. Weihnachten mit Antenne Bayern fühlt sich gut an.